Ja, Leute, was mir Sieden heißt gerade einfällt. Ich habe ja eben von meinem Kinderbuch erzählt, wo ich meinen Kanal mit angefangen habe vorzulesen und so. Und ich habe das auch veröffentlicht bei ePubli, also so einem Selbstverlag, und kaufe das nicht dort, weil die Bilder sind alle schwarz-weiß. Ich habe das irgendwie verkehrt hochgeladen, also meine schönen farbigen Bilder, dann irgendwie, weiß ich nicht, muss ich nochmal ausprobieren. Also ich nehme das wieder vom Markt, oder ich gucke erstmal, ob das auch in schwarz-weiß verkauft worden ist. Da ist aber auch irgendeine Seite, Blanco drin, also ist nicht ganz in Ordnung. Ich werde das nochmal bei ePubli hochladen, also dann mit den Farbfotos, wenn ich es hinkriege, mit den Farbbildern von mir, dazu gemalten Bildern. Buch heißt übrigens, das Kinderbuch heißt übrigens, alles Goldfisch, deswegen heißt mein Kanal auch so. Alles Goldfisch mit SH, und da geht es halt im Prinzip um mein eigenes Leben so ein bisschen. Also ich spiele da sowohl den Vater als auch den kleinen Jungen, Fridolin, Goldolin, in diesem Buch. Und erzählt halt Abenteuer, die Fridolin, der dann unseren Goldolin heißen wird, relativ schnell. Abenteuer, die er so erlebt in meinem Teich. So, das wollte ich euch nur sagen, also kauft das Buch nicht, ist viel zu teuer, ich glaube 30 Euro oder so. Das nehme ich wieder auf den Markt, bald. Wenn ich in der Reha bin, mache ich das, da habe ich ein bisschen mehr Zeit in Ruhe, das wieder neu zu machen. Bis später, ich gehe gleich zum Brasilienzimmer ins Fitnessstudio, nicht Brasilienzimmer, heute ist Brasilien Dance Day mit Fernanda. Workshop mit anderthalb Stunden, 15 Uhr bis 16.30 Uhr, kostenlos, darf ich endlich wieder mit Fernanda tanzen. Ich habe mir übrigens, das habe ich jetzt natürlich noch nicht, eben bei Amazon ein Neymar-Trikot bestellt, in gelb mit Neymar drauf und der 10. Was ich dann immer zum Tanzen anziehen werde. Und auch noch ein Messi-Trikot. Messi-Argentinien, Nationaltrikot mit der 10 und Messi hinten oben drauf. Und ich glaube, da gibt es auch Hosen dazu. Blau, blau, beide, glaube ich. Guck, in L bestellt. Wenn es nicht passt, dann schicke ich es halt zurück und bestelle mir die richtige Größe. So, jetzt ausruhen. In der Sonne ausruhen natürlich. Und, ja, dann zum Brasilien Dance gehen. Bei dem Wetter gehe ich natürlich zu Fuß. Bis dahin, eine schöne Strecke.